Spannend, dass es jetzt noch mehr schneit. Das ist frisch. Das war ja vorgestern noch nicht. Da war es ja alles grau. Hier haben wir noch die Dose. Die kann man auch noch essen. Ja, aber nicht heute. Das können wir mal mittags machen. Wenn wir mal ziemlich groß unterwegs sind. Zum Abend werde ich was Bescheides haben. Nicht so groß geworden. Ja, aber das ist, wenn ich halb voll. Ich habe mich jetzt mental auf eine Pizza eingestellt. Das Ganze nicht einfach so fit. Ich überleg die ganze Zeit schon, was ich auf meine Pizza drauf möchte. Jetzt kaufst du beessen eine Dose. Das ist so gut. Okay, das ist nicht. Ich habe dann schon eine Dose. Dose. Das ist besser. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020